Gesundheitszentrum Enthaltestelle Bitte aussteigen Terminus Please leave the bus here Lipschitzallee Fritz-Erler-Allee Wildmeisterdamm U-Bahnhof Lipschitzallee Solmannweg Landreiterweg Hasenhägerweg Dröpkeweg Stuthirtenweg Zur Weiterfahrt benötigen Sie einen Fahrschein für das Tarifgebiet C. A Zone C-Ticket ist notwendig, wenn Sie Ihre Reise weiterentwickeln wollen. Friedrich-Ebert-Straße U-Land-Straße 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 Kita An den Eichen Rosa-Luxemburg-Weg Am Rudower-Waldrand Ascherslebener Weg Pirnaer Straße Rudower-Vlies U-Bahnhof Rudow Eichenauer Weg Neuhofer Straße Waltersdorfer Chaussee-Ostburger Weg Narkauer Weg Lieselotte-Berger-Straße Lieselotte-Berger-Platz Friederike-Nadig-Straße Zur Weiterfahrt benötigen Sie einen Fahrschein für das Tarifgebiet C A Zone-C-Ticket is necessary if you wish to continue your journey Berthold-Brecht-Allee Schwimmhalle Hans-Grade-Allee Thomas-Daxer-Allee Schönefeld-Dorf Flughafen BER Terminal 5 BER Airport Terminal 5 Endhaltestelle Bitte aussteigen Terminus Please leave the bus here Endhaltestelle Endhaltestelle Endhaltestelle